Was geht's Freunde? Ich bin heute beim E-Leaks am Marktcup. Ich nehm euch ein bisschen mit, ich nehm einen Vlog auf. Ich hoffe, ihr gefällt euch. Draußen sieht ein bisschen kriminell aus. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Parkhaus mit Klebebahn, draußen überall alles zu, Graffiti. Ist es gefährlich hier so ein bisschen oder ist es ruhig gehen? Nee, nee, ist gut. Tschüss! Weh, yo, was ist das für ein Riesenzimmer? Das ist so ein Hotel. Das ist ein Baba Hotel, Digga. Oh, das ist riesig. Riesenzimmer, Riesendings, alles, dies, das, alles perfekt. Hey, guck mal in den Fernseher. Was geht's Freunde? Wir gehen jetzt was essen. Was machst du denn du, Digga? Ich vlog jetzt. Schau mal seine Vlog-Kamera. Schau doch diesen Riss an. Das steht für Hustle, Bro. Jetzt hab ich alles gesehen, was geht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall was essen. Nachher ist der E-Leaks am Marktcup. Dann nehm ich euch noch ein bisschen mit. Bruder, bitte. Wir sind jetzt bei Café Bois. Das ist ein türkisches Restaurant. Wir haben jetzt Essen bestellt. Willi hat für alle bestellt. Ich geb später Feedback. So, Freunde. Essen ist jetzt da. So, Freunde. Wir haben fertig gegessen. Ich schwöre, war sehr, sehr stark. Essen war krass. Willi hat sehr gut bestellt. Willi hat für alle bestellt. Es war übel krass. Checkt das ab. Café Bois auf jeden Fall in Köln ist sehr stark. Was geht, Kato? Was geht, Kato? Was geht, Kato? Was geht, Kato? Wie geht's dir, Bruder? Was geht, Kato? Wie geht's dir, Bruder? Ist es dein Vlog? Ja, Mann. Yes! Kato. Baby. Wer geht's meinem Bruder? Ist es dein Vlog? Ja, Mann. Alles klar. Kato Vloggen. Yes! Kato Vloggen. Wer jetzt nicht abonniert, euch kann man nicht helfen. Ich fühle mich nicht schlecht. Bruder, wie kann Scheiße so stinken, Digga? Bruder, wie kann man so kacken? Was macht Willi mit mir, wenn der Wurst nicht kacken war? Was denkst du macht er mit dir? Bringt er mich um? Hä? Bringt er mich um? Wir werden es erfahren. Wir werden es ihm gleich sagen. Nein. Doch, safe. Was fällt der nicht los? Was fällt der nicht los? Okay. Genau, ja. Oh, oh. Was soll ich denn impfen? Nein, oh! Stopp! Ich würde das nicht sagen, ne? Ist das so schlimm, bei mir zu kacken? Ich habe überlegt, das ihm zu sagen, aber ich habe Angst, dass er mir die Schuld gibt, weil ich ihn reingelassen habe. Nein, ist das nicht schlimm. Ist das so schlimm, bei dir? Er hat einfach alleine reingegangen. Was? Warte. Kann sein? Merchensy-Meeting, das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Oh, wie stark ist das? Sagst du es? Ich sage, du musst es aus wie ein Playboy. Einfach 700 Kilo in einem Raum. Oder Cousin. Weil das hier vorne, das mit Abstand, die gespeckte Ecke. Die ganze Ecke. In zwei Schirten liegt da irgendwo. Hier stinkt es auch ein bisschen, ne? Ich glaube, das wird mit Abstand am lautesten hier. Wir werden selbst alle nur rumschreiben, wenn die sterben und so. Professionelle Essens-Tester. Eins, zwei, drei. Drei. Aber der Beste. Einfach Spider-Man und Iron Man. Hallo Jarvis, close the mask please. Als ob jetzt. Ich drehe das jetzt. Und wenn ich gerade, dass ich hier nicht schiebe, dann gibt der von mir Zehner. Sidney, er meinte, du frisst Bananen. Was? Miko. Was? Er meinte, du frisst weiter Bananen. Du, das Überraschungseier. Wie Bananen. Was? Der kommt aus Sachsen. Ich hab' mir Scheiß gewusst. Alter. Was machst du denn? Kolak. Wie? 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 Was geht? Was geht? Du? Du hast meine Kette geklaut. Was redest du? Meine Surrey-Kette. Weißt du, was ich dir gegeben habe bei Talentshow? Hast du mir die wiedergegeben? Ja. Auf wen ziehst du an? Du hast. Lüüüüüüüüüği. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Welche Hauswahl hast du? Frauen. Falkehanst. Leidskin? Leidskin. Hooo. Auf jeden Fall habe ich eine Frage. Wer packt wen? Rohrat. Win? Dann eins im Chat? Zwei in die Kommentare? Wenn ich's Rohrat smash. Rohrat. Ich sag, ey. Das fliegt Rohrat. Arme Mann Karpon muss damit Treppen laufen, doch du darfst du nicht mit dem Fahrstuhl ein? Wie? Ich kommt Fahrstuhl nicht rein. 3G, ich hab' nicht zwanzigig dabei. Wir sind gerade in der Schichtbar, wir wollen losgehen. Kappo! Nee, Dead Body Repo. Was geht, Freunde? Wir haben jetzt den nächsten Tag. Wir sind bei Kebabland. Sehr stark alarm. Beste Adana in Deutschland. Wir gehen rein. Der Kerl wird einfach auf Event gehatet, weil er gestern PC von Eldos ausgemacht hat. Komm hier her, Digga, alle buhen, Alter. Was ist das? Let's go! Weil die Scheiße sind, weil's Hundesöhne sind! Die gehen abschaffen, die schlumpen! Mach keine Scheiße, mach mal eine Karte, Bruder! Wir machen jetzt das Wettrempf bis zu dem Stuhl dahinten. Okay, komm. Eins, zwei, eins, raus! Hey! Dahinten ist die Stygelia. Schaut euch die beiden ab. Ich war grad scheißen, Bruder. Wer auch immer nach mir auf diese Toilette reingehen sollte, tut mir ganz leid. Kalle, wie fühlen wir uns heute? Sehr gut, Bruder. Sehr gut. Ich bin mein W. Shout-out Amar, shout-out Ailey.